Am Geschenkeladen angekommen, zeigte Ilsa Eule ihrer Freundin Mia Meise, dass der Brief nicht mehr an seinem Platz und vor allem die Mütze nicht mehr im Regal lag. Die beiden Freundinnen schauten gemeinsam durch das Fenster der Eingangstür in den fast dunklen Raum. Die Kerze in der Mitte brennt ja immer noch. Sie brennt die ganze Zeit. Der Laden heißt ja auch Lichtblick. Und da geschah es wieder. Mia, die Tür ist auf. Na dann, nichts wie rein. Das ließ sich die kleine Schneeeule Ilsa nicht zweimal sagen. So lange hatte sie auf diesen Moment gewartet. Endlich würde sie, hoffentlich, ihre schöne Mütze von ihrem geliebten Opa wiederbekommen. Ich sehe, ihr habt das Rätsel gelöst. Welches Rätsel? Das Rätsel um... Um was? Oh, hallo Ilsa, hallo Mia. Emil? Wie seid ihr denn hier reingekommen? Durch die Tür. Komisch. Sie sollte eigentlich verschlossen sein. Emil, ein Erdhörnchen und guter Freund von Ilsa Eule und Mia Meise, ging zur Eingangstür und schloss sie von innen. Was machst du denn hier? Ich helfe aus. Der Laden ist jetzt schon so lange geschlossen, da ist ein bisschen Arbeit angefallen. Viele haben Geschenke bestellt. Emil... Die müssen jetzt verschickt werden. Ich brauche unbedingt meine Mütze zurück. Welche Mütze? Sie lag dort auf dem Regal. Wo ist sie jetzt? Das weiß ich leider nicht. Oh nein, Mia. Sie ist bestimmt doch weg. Ganz ruhig, Ilsa. Emil, kannst du mal nachschauen, ob irgendwo eine Mütze liegt? Sie ist türkis mit einer Bommel dran. Klar, ich gucke mal nach. Fröhlich pfeifend verließ Emil das Erdhörnchen den Laden und ging durch eine Tür nach hinten. Wahrscheinlich war hier das Lager, in dem die ganzen Pakete für die Kunden verpackt wurden. Hoffentlich findet er meine Mütze. Ganz bestimmt. Das ist das Lager. Das ist das Lager. Das ist das Lager. Vielen Dank.